Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit der sogenannten dynamischen Farbkorrektur. Ich zeige euch zwei Methoden, mit denen ihr euer Color Grading animieren und anpassen könnt. Das Bildmaterial, das wir uns heute anschauen, wurde von Rainer gedreht auf dem Smartphone und wir haben unsere LUT, das Boot, darauf angewendet. Das Original sieht so aus. Das ist unser Look. Das gefällt uns schon mal sehr gut. Wir möchten jetzt aber selektiv ab dem Moment, wo der gute Anthony die Fackel hebt, unser Bild ein bisschen bearbeiten und wir möchten viel mehr in die warme und in eine rötliche Richtung gehen. Das wollen wir jetzt auch bewusst übertreiben. Wie mache ich das am besten? Ich zeige euch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins. Wir gehen in die Edit Page, in die Timeline, suchen den Übergang. Hier ist das erste Frame, wo das Ganze passiert und setzen hier einen Cut. Deshalb habe ich zwei Clips zur Verfügung, die ich sozusagen getrennt bearbeiten kann. Wir wählen den zweiten Clip an. Wir schaffen uns einen neuen Note, in dem wir unsere dynamische Anpassung machen. Wir wollen einfach den Offset ein bisschen hochschrauben in den rötlichen Bereich. So ist es mit, so ist es ohne. Wir gehen wieder zurück auf die Edit Page. Wenn wir uns den Clip jetzt ansehen, haben wir einen Sprung. Also gehen wir her und machen ganz altmodisch eine Blende drauf. Einen klassischen Cross Dissolve und somit wird unsere Farbbearbeitung schön langsam und harmonisch eingeblendet. Den Cross Dissolve würde ich hier sogar noch ein bisschen kürzen. Es geht nur darum, dass der Clip nicht springt. Und schon haben wir eine schöne Bearbeitung. Ich habe das Ganze jetzt wieder rückgängig gemacht. Wir gehen zurück in die Color Page. Jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze in der Color Page machen kann. Auch hier nehmen wir einen neuen Note. Nennen den man um für unsere dynamische Geschichte. Wir gehen hier auf dieses kleine Symbol. Das ist ein Animationssymbol. Schaffen uns ein bisschen mehr Platz. Und wir haben hier jetzt eine Timeline zur Verfügung. Wir haben die Anzeige von verschiedenen Korrektern. Die Nummer des Korrekters entspricht der Nummer unseres Nodes. Der Note, den wir verändern wollen, ist also der Note Nummer 4. Jetzt gehen wir an die Stelle, wo der Übergang stattfinden soll. Hier soll noch alles normal sein. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die richtige Spur auswählen. Klicken mit der rechten Taste rein und sagen Add Dynamic Keyframe. Dann gehen wir an die Stelle, wo die Änderung vollzogen sein soll. Ungefähr hier. Setzen ebenfalls ein Dynamic Keyframe und passen hier unsere Änderung an, wie wir das gerne haben wollen. Und jetzt findet automatisch ein Übergang statt zwischen den zwei Punkten. Und so kann ich ganz gezielt in der Color Page meine Farbkorrektur anpassen. Gerade mit Footage, die auf Smartphones gedreht worden ist, die vielleicht im automatischen Modus waren, dass ich eine Belichtungsänderung habe gegen Ende der Szene oder innerhalb der Szene. Durch diese Methode kann ich das hervorragend ausgleichen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis bald. Wir sehen uns.